Ich hatte meinen Jesus, sagt die Schweizer Skilegende Pirmin Zubriken und erklärt im Gespräch mit Pfarrer Thomas Maria Rimmel, wie ihm sein Glaube Kraft und mentale Stärke gab und heute noch gibt. Eine bessere Psychologie hätte er nicht finden können. Am Sonntag um 11.25 Uhr und um 17.15 Uhr, am Montag um 14.30 Uhr und am Dienstag um 19.45 Uhr in der Sendung Orientierung auf KTV. Ich habe alles auf Jesus gesetzt mit Pirmin Zubriken.